Hi Leute und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir sind uns gerade auf dem Weg zu Dummstar und haben in der letzten Folge irgendwie hier keinen Stein gefunden für den Krog hier, was ein bisschen komisch ist. Ich weiß auch nicht, dass hier kein Stein ist. Versteh ich nicht so ganz. Ja, es müsste Dummstar sein, der sich da in der Mitte niedergelassen hat, oder? Kann mir jedenfalls gut vorstellen, da war schon wieder ein Krog. Bitte sag mir nicht, ich muss hier runterklettern. Oh no, warum? Oh shit und das auch noch bei Regen. Vielleicht falle ich jetzt runter, oder? Nee. Es hat geklappt. So, wie komme ich jetzt wieder hoch, ohne runter zu fallen? Oh no, jetzt muss ich da wieder rumlaufen. Das geht leider nicht anders. Naja, wenigstens haben wir den Krog mitgenommen. Also war es nicht ganz wasted. Komm. Nein. Komm, einfach weiter. Lauf dagegen an. Weiß nicht, ob das Dummstar oder der Händler ist, wo sie meinten. Keine Ahnung. Sollte aber Dummstar sein, weil die Häuser sehen aus, wie die ihn hat... Wie heißt das Kaff? War das Sateno? Ne, oder? Oder doch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay, den Wasserfall könnte ich hochschwimmen. Egal. Ich schau jetzt mal da rein und dann gehe ich da außen rum und schaue, ob ich da hochkomme irgendwie. Ohne entdeckt zu werden. Was auch immer das heißt. Tabu-Rase. Also nicht Tabu-La-Rase, sondern Tabu-Rase. Okay. Ah, da ist er ja. Hallo, so sieht man sich wieder. Wer warst du? Ich weiß es doch. Ein Dummstar von Boundern, ich erinnere mich. Ich auch. Was machst du hier? Ich werde einen Auftrag bekommen hier vom Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabu-La-Rase sozusagen. Deshalb nenne ich das Dorf Tabu-Rase. Oder nein. Ja, was ist? Mit den Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Zum Beispiel? Arbeiter, Material, Geld. Ich helfe dir. Hast schon, du hältst ja nichts davon. Ah, trotzdem. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Gut an zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichend Unterkünfte. Bündest du mir 10 Holzbündel besorgen? Okay, klar. Darf ich auch die Bäume hier fällen? Oder kommt es irgendwie... ein bisschen asozial, wenn ich dein ganzes angebautes hier jetzt wegmache. Na, wird schon passen. Die Dinger wachsen ja nach. Der muss sich grün und blau ergern. Wenn ein Lichter ist zurecht. Na, egal. Ist ja Wurst. Ich habe bessere Wurfen. Wobei, ich habe keine besseren Wurfen. Egal. Die hatte nämlich 60 und der Zweitbeste hat 50. Das ist schlecht. Dann fände ich einfach mal seine ganzen Bäume. Oh nein! oh nö nö warum kann ich da wieder hochklettern oh god das war jetzt wieder so eine typische Aktion von mir okay, das ist ja auch nicht so oh nö, das wasser ist hier doch nicht so seicht Moment, wenn ich jetzt hier ertrinkt, vielleicht komme ich ja oben wieder raus bitte, bitte lauf oh no das ist so typisch kannst du hier stehen ja ich klopfe jetzt einfach mein Ausdauerfurt weg solange es hier nicht regnet, ist alles gut, würde ich sagen das war jetzt mal wieder eine typische Aktion, mich ins Nirvana zu sprengen hätte schlimmer sein gekonnt komm, das schaffst du komm schon ich will kein Ausdauerfurt reinhauen geht doch ganz knapp und jetzt spreng ich mich nicht wieder mit ich glaub, der regt sich jetzt hier wahrscheinlich auch, weil ich hier das Holzpelter nicht woanders so, das müsste eigentlich reichen, oder? hast du jetzt den Holzbündel hier ist? ja, kannst du auch das wäre mir wirklich eine große Hilfe und als nächstes ich muss diese Felsen wegbekommen und hier etwas bauen zu können kannst du nicht jemanden suchen, der genug Muskelkraft hat, um diese Felsen zu zerstören Muskelkraft? ein Gorone wäre also vielleicht die erste war es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden ach ja, und noch was gemäß den Richtlinien des Bauern da neben Sjolanda muss der Name auf da enden oh shit das hast du damit gemeint, Dampfe dass die auf da enden müssen oh je wie kann man so loszuhören na, jetzt gehen wir mal hoch das ist ein bisschen klarer bin mir auch nicht sicher, ob ich schon gerunden mit einem da drin hatte vielleicht im Soradorf, der eine? was bist du für einer? du bist ein Gegner ne ich bin Mazdafahn ach ne, das ist der Pilztyp ne, ich will deine Zutaten nicht jetzt habe ich gesagt, das ist gerade klar es regnet wieder oh, das ist eine Rehne nicht gesehen auch immer diese Wölfchen ihr nervt still nix ach ne, hier ist irgendwas zum roh du oh ja richtig geil, wenn es nass ist what the fuck wie soll ich da so schnell hinkommen? also diese Kampfmusik wenn die Wölfchen mir zu nahe kommen geht mir richtig auf den Sack verzieh dich die sich dir empfangen, Bobo die verlieren sofort das Impresse sobald einer von ihnen stirbt ne, ich glaube, das ist besser, wenn es nicht regnet aber so rutsche ich hier die ganze Zeit runter, wenn ich hochklette da ist ein Schreien jeder so eine trostlose Gegend, wo einfach gar nix ist ja, ist jeder im Schreiben ja, zum Glück ist hier kein Gewitter oh Gott da ist ein Vieh da ist eine Vieh hier fliegen keine Viehen rum ist ein bisschen traurig junger Mann, bitte höre mich an aber gern das ist wirklich, wirklich schade ach so, ich habe aus Versehen die falsche Taste geklickt äh, aber gern ich bin die große Vieh Mia hier war früher eine wunderschöne Quelle doch im Laufe der Jahre spendete die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren bitte dich selbst ein kleiner Betrag hilft schon wenn du Rubine hast bitte gib mir welche 1000 Rubine kann man machen gönn dir danke mein Retter hast du es mal unkommentiert? du hast mich befreit hätte jemand etwas Größeres mit Muskeln erwartet, ja aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du irgendwie ganz süß du Schnuckel Gott dank dir habe ich meine Kraft zurück gegenzu kann ich dir deine Kleidung verstärken sofern ich die richtigen Materiale habe willst du es mal versuchen? ja mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung beträchtlich verstärken okay oh cool ich habe halt nicht genug Schleichwürmchen leider ja die Kletterausrüstung auf jeden Fall ich sollte sie eigentlich nicht kippen naja beim nächsten Skipps nicht oh ich habe das geht sogar brauche ich nur eine Schleichschnecke passt okay ich habe es gesehen was hat die Bitte gerade mit mir gemacht? erledigt soll ich noch andere Kleidung verstärken? ja aber wenn ich glaube die Antwort sollte nein sein oder küsst sie mich nur weil ich die Rüstung anhabe? gerade Moment ich habe eine Hose an wo hat die mich gerade geküsst? ich würde es gar nicht wissen alles upgraden wo geht na jetzt gebe ich es wie er total erschöpft ist what the fuck bleibt ihr da bitte? ne ne das andere nicht wenn sie ihre Mächte Macht zurückgeerlangt haben kann ich deine Kleidung noch stärker machen bleib schnuckelig äh ja ne irgendwie nie Moment das ist nicht normal immer so ein Rätsel welche der erste ist eins ok das geht tatsächlich nach der Anzahl sowieso die Nächsten sie ist nicht sie ist nicht ok willst du da nicht noch eins sagen? was ist das mit 5? zack mal was ist denn? ach so auf dem Baum pure Verwirrung so ich will da jetzt schnell wieder hoch aber ich glaube außen rumlaufen ist wahrscheinlich schneller warte warte Prinzessinnen Endziehern hey die Dinger sind selten ach nö nicht schon wieder Wolf ist verziehe dich immerhin gibt es ein bisschen Wild was ich sowieso brauche trotzdem schade um die Wölfe so wo war der Schrein? da hinten ne? ist gut dass ich nochmal nach rechts geschaut habe nach unten sonst hätte ich das gar nicht gesehen oh nooo oh nooo ich bin der Gegner ne 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 das ist schön ist der Wald da so dicht? naja dicht kann man es nicht nennen oder? ach da sind wieder die seltenen Blumen oder? ne zu schleichen ne ach nö ach nö wie sie halt einfach mal alles in Brand setzt wie die Fledern aus naja dann gehen wir zum Schrein und dann sind wieder Bockblinze auf Ferdis na gut gebt mir hier what? wirkliche Gegner was war denn das? hat der mir einfach nen Feuerpfahl reingehört? geht er mal gar nicht ich dachte gerade ich wär tot exhalbogen ok 19 Feuerpfahl das ist doch Entlohnung genug bitte kein Bewegungsschrein ach nö so jetzt wären wir nämlich schon wieder näher an nem Ding dran das ist sau weit weg what the fuck nicht gedacht dass es so weit weg wär ja kraftbrumbe leicht ja kraftbrumbe leicht das sollte machbar sein fehlt vielleicht noch ach aber eins passt das sollte vielleicht was essen vorher ja nicht dass ich aus versehen von irgendwas harten getroffen wird was ist der für Schaden denn da für Steufe na dreht er sich ja ich weiß schon warum da leicht draufsteht bei dem es war echt easy Wächteraxt ja von der Wächteraxt kann man schon mal was weglaufen oder die Frage was? die Lanze ja wiii Silbersaufhagen aber das ist so lust ich muss echt aufhören mein Gear zu zerstören Ich kann jetzt demnächst fast zwei Upgrades machen, weil ich übe. Noch einen schreien, dann sollte ich vielleicht mal eintauschen gehen. Was sind jetzt für Steine? Topvergaben. Habe ich noch einen Apfel? Hopp mal. Sieht auch ein Fledermausauge. Sieht doch ähnlich aus. Und direkt wieder alle Äpfel mitnehmen. Ich dachte ich komme von hier leichter hin. Hier spielt doch wieder jemand Musik, oder? Okay, der Wolf erinnert sich noch an mich. Wer weiß ich, heißt nichts Gutes für ihn. Was ist denn jetzt schon wieder? Na komm, geh schwimmen. Jetzt? Was machst du jetzt? Meinen ganzen Hut ins Wasser mitnehmen. Haben wir schon gedacht. Oh, Maxi rüber nicht. Warum liegen hier so viele Steine? Ist ja irgendwas, wo ich so reinwerfen soll. Tja, ist es jetzt zu spät. Da ist ein Exerfuss. Kann ich da hochschwimmen? Kann ich das mal ausprobieren. Ach, Wolf. Bezieh dich. Bezieh dich. Nicht Heimchen? Du lebst gefährlich. Süde Akada Brücke. Das war jetzt nicht so gedacht, aber okay. Das ist hier wieder so ein Ballon drin. Oder? Westbrücke. Hieß es mal nicht. Wir können natürlich mal versuchen, da hoch zu schwimmen. Aber was ist da? Kann eigentlich nichts besonderes sein. Da war ich wahrscheinlich schon. Oh nein. Weder nicht diese Musik, die einem das Gefühl gibt, mal wäre gerade in einem Kampf drin. Obwohl die eigentlich nur um einen rumlaufen. Schon wieder einen gegriffen. Überfallen. Hast du mich ernsthaft nicht gesehen? Jetzt ist wohl ein Dunk angebracht. Nimm das hier als kleine Anerkennung. Noch eine Monster Essence. Ach, das ist dieselbe. Wie komm ich denn da hoch? Hux. Akala Exerzierplatz. Hey. Hier müsste ich doch eigentlich hochklettern können. Eigentlich. Ach nee, es regnet. Ach Gott. Oh, da pennt niemals. Ich bin da jetzt am blödesten hoch. Weil die Brücke ist zerstört. Was ist das für ein Grund? Also hier war auf jeden Fall ein größerer Platz. Es ist ein bisschen blöd, weil ich komme hier auf keinen Fall rüber. Und hochklettern ist eine Katastrophe bei dem Regen. Oh Gott, ganz schön viele zerstörte Dinge. Ich hoffe, da ist keiner aktiv. Schaut nicht so aus. Irgendwas hat doch gerade die Waffe gezogen. Sind die Gegner. Ach so. Und hier scheint jetzt wieder die Sonne oder was? Muss man nicht verstehen. Bei mir ist recht. Ich weiß halt nicht, ob mich das Ding da erkennt. Wenn es mich erwischt, habe ich ein Problem. Mal kurz warten. Nein! Kasselings-Kletterskill. Hat er nicht so wirklich drauf. Und ich schieße da jetzt nichts auf mich. Ja, jetzt ruhe ich schnell aus. Und dann hoch. So schnell wie möglich. Oh no, 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 no. Hier zu kämpfen ist keine gute Idee. So, aber ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge da rein. Was auch immer dann passiert. Keine Ahnung. Aber hier erkennt er uns nicht. Aber die Bocklins haben auch Schiss davor. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao! Tschau. 2 2 3 5 6 5 5 5 6 5